So, hallo und herzlich willkommen zum JFT-Live-Training-TV, zu erst Markteröffnung, haben wir kurz und knapp, kurzer Blick auf die Märkte und wo wir aktuell stehen, ganz kurz nach einem Blick, ich muss mal hier parallel schauen, ob das alles so rund läuft, wie ich mir das vorstelle, aber Tendenz müsste eigentlich gut sein, es gibt auf jeden Fall wenig Gründe davon auszugehen, dass es jetzt nicht funktioniert, hat ja im Laufe des heutigen Tages schon zwei, dreimal funktioniert, insofern wird das auch jetzt der Fall sein, kurz nach einem Blick, ja, sehr schön, also das funktioniert, Bild ist auch klar, ja, dann wollen wir auch gleich gar keine Zeit verlieren, wobei, naja, also ich mache es wahrscheinlich wieder dynamischer, als es nötig ist, ein, ja, Keys-Support steht gerade so ein bisschen. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.